Ich lerne Deutsch. Nummer 15.613 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Welche Bibliotheken gibt es in der Nähe meines Wohnortes? Welche Bibliotheken gibt es in der Nähe meines Wohnortes? Welche Bibliotheken gibt es in der Nähe meines Wohnortes? Nach langem Suchen habe ich das Medikament gefunden. Es war falsch einsortiert. Nach langem Suchen habe ich das Medikament gefunden. Es war falsch einsortiert. Leider fährt der Roller nicht elektrisch. Leider fährt der Roller nicht elektrisch. Marina hat sich letzte Woche im Urlaub richtig ausgeruht. Später erzählte sie mir, wie erholt sie sich fühlt. Marina hat sich letzte Woche im Urlaub richtig ausgeruht. Später erzählte sie mir, wie erholt sie sich fühlt. Diese Brille hat speziell gehärtete Gläser und kostet nur 30 Euro mehr als die andere Brille. Diese Brille hat speziell gehärtete Gläser und kostet nur 30 Euro mehr als die andere Brille. Wie sieht dein Lebenskonzept aus? Was möchtest du erreichen? Wie sieht dein Lebenskonzept aus? Was möchtest du erreichen? Das Buch ist toll. Evelyn hat ein Pferd von ihrem Vater bekommen. Das Buch ist toll. Evelyn hat ein Pferd von ihrem Vater bekommen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Buch ist toll. Das Buch ist toll. Das Buch ist toll. Ich habe ein paar Minuten. Ich habe ein paar Minuten. Das Buch ist toll.